hey also weibers draußen so zum ersten mal auf der xbox nuke town zombies mit ja micha und ollie und ja dann würde ich sagen let's go noch nicht soll ich ja also ich habe wow wow da ist die nuke ich kann man nicht hoch ach so leute ich muss sagen auf xbox bin ich nicht so gut deswegen können auch mal ein paar gute fails kommen nein wir sind die CIA footsies weil die zombies na gut ach so ja guck mal was sie für augenfarben haben ja und das heißt na wer war wer war in kontrolle wenn sie gelbe augen hatten nein ich habe keine ahnung was samantha also sind wir wahrscheinlich noch vor dem easter egg hier ok oh glitches da ist alles verseucht hier drinnen ne du geh hier hin und willst was kaufen was so teuer ist und da kommt kein stahl dämlicher da kommt die ja nix komm kann wir irgendwas aufkaufen einfach schade kann man denn die gleich die steine da weg kaufen oder wat Was ist die Tür hier vorne? Nein, doch hier, okay. Ist das hier? Ah, das kann man aufkaufen, die Tür. Was ist die Tür hier vorne? Nein, doch hier, okay. Population 91. Jetzt sind es nur noch 90. Ey, killt man... Okay, hat die gerade... hat die gerade einen Zombie gekillt? Ja, Oli. Okay, irgendwie zählt der Countdown hier runter, wenn ein Zombie gestorben ist. Vielleicht passiert irgendwas bei 90, äh, dann bei 0. Nein! Wir sterben alle. Wir sterben alle. Nein! Alter! Wo ist denn Nuketown? Hier geht's gar nicht mehr runter. Da ist gar ne Stunde. Ich hab irgendwas zur Richtung oben gehört. Richtig oben! Was kommt hier irgendwo? Hey, Junge, das ist ja... Du kannst auch so gebaut wie, äh, nach der Anfang, Alter. Ich übelst die Säure, ey. Boah, der ist richtig geil, Alter. Wenigstens ist es nicht so dunkel wie... Transit. Aber hier... Was, was er auch gerade gesagt hat, äh, mir... Was ich auch gerade gesagt habe, äh, mir... Was ich auf der... Auf der Hunde fand, dass man... Ich hab'n, den braucht man, man muss ja einfach nur den Season-Test kaufen, dann kriegt man hier die Mektion. Ja. Also die Xbox-Solided, bekommst dann irgendwann im Dezember, und PS3-Folglicht dann im Januar. Daher wieder dieser... Wow! Ein Monat, oder was? Einen Monat, ja. Wie immer. Ja, ich mein' jetzt, ähm, auch hier, die, ähm... Die, ähm... Ey, was ist das? 3.000? Ja, hier, die, ähm... Leute, die sich nicht hier haben, gekauft haben, haben wir mit dem Season-Test. Ging das dann erst im Dezember. Ja. Ja, okay, dann... Die, die Vorbesteller hier von der... Die Vorbesteller von der, ähm, Hardnet, haben's halt jetzt da. Ah, scheiße. Einfach an. Oli, lass erst mal, lass es mal. Okay. Haha. Nein, wir verrecken jetzt nicht in die Runde 3. Ja, Oli, kriegst man mit der Pistole halt, wie der aussieht, ey. Boah. Oh. Pass auf, lass es mal, lass es mal. Letze. Die, die Uwe aus Newtown. Haha. Rendscreen. Vor allem... Das Teil hier drinne kostet 3.000, ey. Was geht denn ab? Ey, hängt da, hängt die Pistole. Ey, lass mal nach hinten aufkaufen. Vielleicht gibt's hier irgend... Irgendwelche Waffen. Ich will da oben aufkaufen, jetzt. Ich brauche jetzt hier noch... Wow. Feiertonne, ey, da oben. Ja, die kann man oben campen, mal. Das ist hier wo auch. Ich brauche ne Waffe, so verreck ich ja noch. Bei World of War kommt man nur so einen Schrank, die sich nicht... äh, so ne... so ne Dingetolen hier bei Dachter anzeigen. Aber einfach. Das sehe ich eigentlich irgendwo Richtung auf dem Bücher stehen. Da hinten ist die Mystery Box, wieso haben wir denn hier aufgekauft? MP5 ist hier. Wo denn? Wo denn? Hier oben drin, wo ich gerade aufgekauft hab. Oh, das ist alles drin. Wow. Oh, fass, fass, fass! Oh, Heinz! Wo ist die MP5? Ah, hier. Hier oben. Ich bin hier gerade hochgegangen. Ich muss nicht in vorne eingangehen. Warte, da bist du ja gerade vorne gerade. Da nach Wand direkt. Äh. Ich hab's schon, ich hab's schon. Ich hab's schon, ich hab's schon. Hör mal auf direkt direkt. Wow. Ey, kauf mal hier nicht den Weg hier nach unten auf. Oder müssen wir den aufkaufen, um da runter zu kommen. Ja, müssen wir da rein. Ich springe hier hoch. Ne, wir können auch runter springen. Wir können auch runter springen hier. Ich hab's nur genupt und dann hab ich mich umgedreht und bin gelaufen und dann war die da. Okay, wie viel? Wir sind bei 38 gerade. Oh, du brauchst keine Waffe mehr? Naja, auch noch nicht. Alter, was ist das denn hier? Jetzt ein Brenntonado. Ja, Feuertolado. Übelst geil. Hallo. Wollen wir in die Garage rein? Wo ist denn der Nuke da? Da ist der, wo du gedacht hast, da bestimmt hinter der Fake Punch drin oder nicht? Hat im Bunker. Ne, ne, da kann man bis jetzt nicht rein. Hab ich irgendwie gehört. Ist vielleicht ein Easter Egg auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Gibt's ja irgendwo, äh, gibt's in den Park? Oh, ich bin der Gase. Ich gebürzt was da. Sagen wir noch ab und so. Ja, ja, gibt's. Aber ich glaub, die kommen immer nach und nach erst irgendwie. Man kann hier runter reinkriechen. Naja, da kann man aber sonst nicht. Geh nicht da rein. Geh nicht da rein. Ach so, ist der Odi? Odi, bist du da drin oder was? Ja, ja. So. Oh, die krieg ich wirklich da runter. Wie geil da draußen geht, ey. Wow, fuck. Hä, durch? Die kommen, glaube ich, überall drüber. Nicht nur da, wo ein BW drüber läuft. Wow. Der macht gerade super Chum. Ich spring hier einfach hoch durch den Eingang da. Ey, ganz ehrlich. Der ist richtig geil. Da hat er da mit Bock drauf, ey. Nicht so viel Spen sind. Also auf Spen sind muss man mehr spielen, damit dir die auch gefällt wahrscheinlich. Na ja, man muss einfach rausfinden, wie man... Also Runden laufen kann zum Beispiel ganz gut bei der Farm. Äh, nicht beim Dino. Bei der Farmer? Oh, Oli. Okay, ich näh'n den hier ein bisschen mit. Ey, lass doch einfach einen Crawler machen, damit wir hier ein bisschen aufkaufen können. Ey, Oli, du bist so unglaublich hässlich, ne? Haha. Ah, nee, ich hab ihn gekillt. Ah, nee, da haben wir auch. Na, lass nächste Runde, lass uns mal Crawler machen. Ey, wie soll ich da oben kommen? Soll ich die Süden wegen hier aufkaufen? Nein, lass uns erst mal. Ja, du kannst mir die auch laufen. Okay, nur noch 5, nur noch 5 Zombies. Okay. Da passiert bestimmt irgendwas. Vielleicht hat das irgendwas mit den Perks zu tun? Es kommen zwei noch. Das könnte sogar sein, ey. Das wäre sogar ne geile Idee, muss ich sagen. Okay, jetzt. Und? Kommt da irgendwas? Dahinten ist die Random Box. Ich seh' die dahinten, ne? Oh, da ist ein Zobi. Jetzt weg! Ich hör irgendwas. Ja, ein Bong. Ich weiß nicht genau was passiert. Ist einfach nur ein Gorn. War das irgendwas zu bedeuten, Alter. Ah, verholt ihr jetzt. Hier ist einfach nicht X-Box auch, ne? Ja. Ich mach mal einen Crawler Ich hab einen Crawler Ey hier ist nicht New, passt auf, nicht dass er reinläuft Okay ich hab einen Crawler, nicht tun Was hat er jetzt gemacht? Ist das nicht drin? Oh das hab ich Oh hin an uns Wer hat den Crawler gekittelt? Wer hat den Crawler gekittelt? Wieso machst du denn das? Jetzt sterb mal Komm du hast keine Kohle mehr Ich weiß aber, hier ist Rico da Echt? Jo Geil Fokter Nice Vielleicht verändern sich die Perks ja damit, wenn man so wie die Sonic gekillt hat Was da steht da Wie ich sag, wie die immer von 99 runterzählen Wie ich sag, wie die immer von 99 runterzählen Boah die Scheiße was dann alter Ich hab irgendwas gehört Der Feuertonado wieder, der am rundlegen ist Irgendwie hat er... Ich hab grad irgendwas Ich glaub irgendwas ist in das kleine Haus eingeschlagen Wo man da reinkriechen kann Wo man da reinkriechen kann Okay ich hab nen Crawler Oli diesmal killst du nicht ey Ja ich hab Max Ammo, Max Ammo Max Ammo Max Ammo Oh Warte mal Irgendwie ist hier grad was eingeschlagen Was hab ich hier noch drinne? Ja Ah ok Hier ist quick arrive Jetzt weiß ich auch Warte mal Komm komm mal mit Komm mal mit Gehts hier überhaupt raus? Ne Na komm mal mit Komm mal mit Mit hier raus hier hinten Wohin Ja hier Guck hier Hier stehen immer solche Teile Und hier kommen die Perks dann immer hin Irgendwie random Ja random oder Sag mal was das ist, damit es mir richtig schwer ist Weil eben Weil eben war das Auto drinne Und auf einmal ist Killcraft da Da hab ich eben nur noch Der kann einfach joinen Ja gell Was mach ich bei ihm? Du müsstest mich noch was denn von dem Zombie sitzen hier Hey hier ist irgendwas für 6.000 Dollar Kannst mir kaufen ne Gals Sind das die Also bestimmt Die Gals Die Gals Auf gar keinen Fall Ja sag ich mir die kaufen? Was ist das? Na das ist ein verbessertes Bowie Knife Pass auf Olli 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 Okay wo kann ich ihn noch hier aufkaufen? Kann ich hier runter? Nein Nein Da hinten da kannst du aufkaufen Das ist ein ganz kleines Haus Das ist nur eigentlich dick Das ist ein Wasser Das ist ein Wasser Das ist ein Wasser Ich will hier auch noch ein bisschen rumgucken Ich will hier auch noch ein bisschen rumgucken Ich will hier Debris Was da denn? Debris Debris Ja Okay was wo? Hier? Das ist nur noch hinter What the fuck Ach sooo nein Das habe ich auch gelesen Das kann man einmal im Spiel kaufen Und dann gibt es immer einen Perk dahinter Und diesmal war es nur Interckel Ja eh relevant Ich hoffe du sollst mir da befreund sein Ja Habe ich 3.000 Umsatz ausgegeben Haha Nur einmal pro Spiel Oder kann man sie immer wieder kaufen? Nur einmal pro Spiel habe ich gehört Wenn sie mich verschwindet Oder verfehlen sich Was? Was? Von wie sie sich anhört Och Komm nur scheiße Falsche 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 Schaff Okay ich hab Gute Waffe Auf gar keinen Fall Timbo einladen Amen.